Thunfisch, Lachs, Sardellen, Forellen, Karpfen, Hecht oder Hering. Es gibt unzählige beliebte Fischarten, die richtig zubereitet einfach hervorragend schmecken und noch dazu unglaublich gesund sind. Kein Wunder, denn Fische enthält zahlreiche wichtige Nährstoffe wie etwa zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und auch Spurenelemente. Doch welche genauen Effekte hat es auf deinen Körper, wenn du täglich Fisch zu dir nimmst? Genau diese Frage beantworten wir in unserem heutigen Video. Bevor wir allerdings damit beginnen, würden wir uns freuen, wenn du dem Video sofort einen Daumen hoch gibst, denn so unterstützt du uns dabei, in Zukunft noch viele weitere hochwertige Videos auf unserem Kanal hochladen zu können. 1. Deine Gehirnleistung wird sich verbessern Zahlreiche wissenschaftliche Erhebungen haben bewiesen, dass Fisch die Gehirnleistung deutlich erhöhen und dich somit intelligenter und kreativer machen kann. Das hat natürlich zahlreiche Vorteile und kann beispielsweise dazu beitragen, dass du generell erfolgreicher in deinem Leben bist. Einen Versuch ist es also wert. 2. Deine Stimmung wird sich erhöhen Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass Fisch aufgrund der zahlreichen darin enthaltenen Nährstoffe die Stimmung deutlich verbessern kann. Kein Wunder, denn schließlich ist Fisch enorm reich an gesunden Fetten, Proteinen und auch Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Ein guter Grund, warum auch du zukünftig mehr Fisch essen solltest. 3. Dein Risiko für Diabetes wird sinken Mit Fisch kannst du auch Diabetes hervorragend vorbeugen und somit dazu beitragen, dass du dich in Zukunft außerordentlicher Gesundheit erfreust. Das wird durch die zahlreichen wertvollen Nährstoffe in unterschiedlichsten Fischsorten erreicht. Tolle Sache, oder? Ein weiterer Grund dafür, dass du in Zukunft unbedingt mehr Fisch konsumieren solltest. 4. Dein Hautbild und deine Haare werden sich verbessern Fisch ist reich an wertvollen Omega-3 sowie Omega-6-Fettsäuren, die beiden den Zellstoffwechsel fördern und dadurch enorm positive Effekte auf dein Hautbild sowie deine Haare haben können. Dazu trägt in weiterer Folge auch das Vitamin B7 in Fisch bei. Versuch es einfach. Dieser tolle Effekt von Fisch wird dich garantiert überzeugen. 5. Dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird reduziert Die in Fisch enthaltenen gesunden Fettsäuren sind enorm positiv für dein Herz-Kreislauf-System und tragen dazu bei, dass du unterschiedlichsten Volkskrankheiten vorbeugen kannst. So kannst du ein längeres und gesünderes Leben mit mehr Glück genießen. Fisch ist einfach ein herausragendes Nahrungsmittel. Wie gerne isst du eigentlich Fisch? Was ist deine Lieblingsfischart? Welche weiteren gesunden Nahrungsmittel kannst du unserer Community empfehlen? Antworte uns in den Kommentaren, lass uns ein Abo da und aktiviere unbedingt die goldene Glocke, damit du in Zukunft auch garantiert bei allen unseren neuen Videos eine Benachrichtigung erhältst. Besuche am besten auch direkt unseren neuen Kanal Blissbow, denn dort laden wir wöchentlich eine Vielzahl an aufregenden und lehrreichen Videos zu den Themen DIY und Lifehacks hoch. Das war's für heute bei Schrittanleitungen. Wir hoffen natürlich, das Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und noch einen wunderschönen Tag!